Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Guide zu Dishonored, der Tod des Outsiders und zwar holen wir uns heute die Trophäe Vetter Gewinn. Das heißt, wenn ihr die Sammlerobjekte, also die Bilder noch nicht eingesammelt habt, habt natürlich, dann lohnt sich dieser Guide hier für euch noch auf jeden Fall, denn bevor wir überhaupt an dieser Auktion teilnehmen können, müssen wir ein paar kleine Steps erledigen. Das erste ist, dass wir zur Apotheke müssen. Die Apotheke ist ja als Teil der Hauptstoryline, ihr seht es dort, für euch markiert. Hier zur Apotheke müssen wir hin und hier diese kleine Notiz lesen, die kleine, nicht die große, richtig. Dann werden wir als nächstes in das Haus einer jungen Dame geführt, mit der wir reden müssen. Das bedeutet also, ihr müsst da auch ankommen bei ihr, ohne irgendwie die Wachen am Popo zu haben oder sowas in der Art, weil ganz einfach, dann redet sie mit euch nicht mehr und ihr könnt es vergessen, den Erfolg. Deswegen also zu der jungen Dame hin, ohne großes Aufheben. So, hier wollte ich gerade hoch zum Schwarzmarkt. Nochmal hier, ohne großes Aufhebens. So war das Wort, was ich gesucht hatte gerade. Da habe ich mich dann gleich glatt versprungen. So, wieder hier Richtung Schwarzmarkt. Und dann in diesem Haus über dem Schwarzmarkt, da wohnt die junge Dame. Dann müssen wir doch aufs Dach runter, ne? Ja, sonst wird das zu tief, sonst wird das zu auer, weil ich wollte eigentlich hier direkt, ne, direkt da rein ins Treppenhaus, da so schräg durch, aber das geht wohl nicht anscheinend, weil da ja auf der Straße immer wieder ein paar Wachen patrouillieren, mit dem wollte ich jetzt nichts zu tun haben. So, rein ins Haus hier, wie gesagt, ohne Akku zu haben. Ich nehme sicher, ich habe sogar das Messer rein, damit die junge Dame sich nicht erschreckt. Und dann hier in die Tür rein und dann steht sie hier gleich links von uns. So, seht ihr, wir haben auch die Möglichkeit, mit ihr zu reden. Das ist der zweite wichtige Step, den ihr machen müsst. Also erst den Zettel an der Apotheke lesen, dann mit der jungen Dame reden und dann, dann können wir uns daran machen, an der Auktion teilzunehmen. Na, falsche Straßenseite, da will ich gar nicht hin. Ich meine, da hinten geht es was zur Auktion irgendwie, aber ich nehme da lieber meinen alten, gewohnten Weg, nehme noch das Badesalz mit. Dann riecht man gut, dann geht da nichts schief. So, eine Etage tief. Da, da ist die Tür, die ich gesucht habe, weil da kommen wir auf der anderen Häuserseite raus, die an dem kleinen Fluss, was mir hier einfach lieber ist. Von hier aus geht es dann gleich geradeaus direkt rüber zur Auktion. Für die Auktion musste ich ausgeben, etwas über 400. Ich weiß nicht, wonach das Spiel genau geht. Ich glaube 430er, was da habe ich den Zuschlag bekommen, weil das ist auch das Entscheidende. Ihr müsst den Zuschlag erhalten. Wir müssen natürlich dann auch teilnehmen als normales Mitglied, als normaler Bürger. Und dann nehmen wir doch gleich den Bürger, der hier neben uns steht. Den werden wir dann gleich übernehmen sozusagen, oder besser gesagt, sein Aussehen übernehmen. Natürlich mit Trugbild kurz drosseln. Denkt dran, der darf nicht tot sein. Der darf hier auch die Treppe nicht runterstürzen und dann tot sein. Er muss bewusstlos sein, damit ihr Trugbild anwenden könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt benutzen wir das Trugbild. Ihr wisst selber, das hält nicht so lange, aber sobald wir an der Auktion teilnehmen, geht der Timer nicht weiter runter und wir können also wirklich da ewig sitzen. Dann brauchen wir hier bloß uns auf dem Stuhl zu setzen, Platz nehmen, an der Auktion teilnehmen, auswählen. Ja, und dann jedes Mal, wenn uns das Spiel auffordert, ob wir denn ein Gebot abgeben möchten, drücken wir X oder halt die entsprechenden auf dem PS4-Controller. Dort ist es Quadrat, ne? Ich guck grad mal rüber. Ja, genau, da ist es Quadrat. Das, also X oder Quadrat bestätigen, das Gebot erhöhen, bis die Jungs hier neben euch aufhören mitzubieten. Wie gesagt, bei mir waren es so 430 Münzen, glaube ich, roundabout über den Daumen, die ich ausgeben musste, um die Auktion zu gewinnen und damit dann auch die Trophäe zu erhalten. Fetter Gewinn. Und das war's. Mehr ist hier nicht zu tun, das war der Gehalt zu Dishonored, der Tod des Outsiders. Ich hoffe, er hat euch gefallen, weil wenn dem so war, richtig, dann denkt dran, lasst die Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil ihr verpasst hier hier weiter kein neues Video. Und vor allem, wenn es euch geholfen hat, empfehlt es weiter auch anderen. Soll ja geholfen werden und wenn denen bei mir geholfen wird, ist das auch so besser für den Kanal. Finde ich auf alle Fälle eine super seine Geschichte. Ja, wir warten jetzt noch ganz kurz hier, dass der Erfolg aufpoppt. Ich dachte, ich hätte die Auktion hier ein wenig stärker geschnitten, statt hier immer wieder zu zeigen, wie ich brav meinen Finger hebe, um das Gebot anzunehmen. Deswegen hatte ich auch schon mit der Verabschiedung angefangen gehabt, aber anscheinend habe ich jedoch die Auktion komplett oder fast komplett drin gelassen. War ein bisschen überflüssig, sorry dafür natürlich an dieser Stelle. Aber gut, ich sage mal an der Stelle, wo ihr euch auf den Stuhl gesetzt habt, da war die Geschichte ja eh schon durch. Das Entscheidende war ja, wie kommt ihr auf den Stuhl? Wo findet die Auktion statt? Was ist dafür zu tun? Das haben wir hier geantwortet, beantwortet und da ist er jetzt auch, wie versprochen, der Erfolg fetter gewinnt. Das war's, ich sage bis zum nächsten Video, so long, goodbye, keep gaming, euer Auktion ab. Und das waren alle Auktionen für heute. Doch keine Angst, wir beehren sie auch nächste Woche wieder. Man fühlt sich besonders einsam, wenn die.